Let's Dance Was hat es mit dem Geheimprojekt auf sich? Bei den Profitänzern von Let's Dance ist was im Busch, zumindest ließen das in den letzten Tagen die Stories von Ekaterina Leonova, 36, oder Abamasis Mocinato, 42, vermuten. Während die 36-Jährige von einem mysteriösen Geheimprojekt sprach, über das sich die Fans in ihren Augen sehr freuen würden, gab Rebecca Mears Ehemann mit einem Sixpack-Foto zu, dass er ebenfalls auf irgendetwas hinarbeitet. Was das ist? Ungewiss. Doch die Gerüchteküche brodelt. Da Ekater auch verriet, dass sie derzeit vor einer Kamera steht, liegt ein TV-Projekt nahe. Und nun äußerte sich auch Christian Polanz, 45, vielsagend. Christian Polanz macht verdächtige Andeutung. Vor wenigen Tagen meldete sich Christian Polanz endlich wieder mit einem Instagram-Live-Format Coffee Talk bei seinen Followern zurück, indem er sich die Zeit nahm. Um das große Finale, in dem sich Anna Ermakova, 23, durchsetzen konnte, und die Profi-Challenge-Revue passieren ließ. Doch damit nicht genug, der Let's Dance-Profi äußerte sich nämlich nicht nur erneut zu seinem Tour aus, sondern verriet auch, welche Projekte in den nächsten Wochen bei ihm anstehen würden, und machte dabei eine mysteriöse Andeutung. Es gibt diese Woche eine spezielle Gala-Aufzeichnung. Könnt euch selbst überlegen, was das sein könnte. Erklärte der 45-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht. Einen Verdacht, worum es dabei gehen könnte, gibt es bislang nicht. Doch zumindest liegt es nahe, dass diese Gala-Aufzeichnung mit dem Geheim-Projekt von Ekaterina Leonova zusammenhängen könnte. Wann die Profi-Tänzer, und wahrscheinlich RTL, Licht ins Dunkle bringen werden, bleibt abzuwarten. ...